Ohne diesen geilen Ketchup geht gar nichts. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, Rewi sitzt manchmal mit Absicht so da, dass man seine Oberarme einfach gut betont sieht? Ich schwöre, for no reason, Rewi manchmal so im Stream. Ja, und da muss ich auch einfach sagen, das Leben ist halt manchmal, wie das Leben so ist, Leute. Aber wo müsst ihr lang? Hier lang müsst ihr, Leute. Da.